Hi, ich bin Julia und ich wurde mit Anfang 20 mit dem PCO-Syndrom diagnostiziert. Damit bin ich nicht alleine, denn es ist eine Hormonstörung, die unglaublich viele Frauen heutzutage betrifft. Die Lösung der Schulmedizin, das ist die Antibabypille oder Metformin. Für mich war das aber absolut keine Lösung mehr, denn ich wollte von all diesen Medikamenten und Hormonersatzstoffen weg, weil ich immer extreme Nebenwirkungen davon hatte. Deswegen habe ich mein Buch Leben mit dem PCO-Syndrom für dich geschrieben, damit du genau weißt, wie deine Ernährung deine Hormone beeinflusst und was du mit deiner Ernährung tatsächlich machen kannst, wie du deine Ernährung verändern kannst, damit deine Hormone wieder ins Gleichgewicht kommen. Für eine natürliche Periode, für einen regelmäßigen Zyklus und für Hormonbalance ohne Haarausfall und Akne und all die anderen Symptome, die du vielleicht hast. Für andere Analyst wird dich gar nicht mehr, weil du vielleicht hast oder nicht mehr, aber wenn du nicht mehr schiffst, dann kannst du dich. Und wenn ich mich mehr überraschst, dann kannst du dich. Ich kann mich mehr überraschst, dann kannst du dich.